Und jetzt Ibrahimovic trifft der Schwede. Super gemacht! Er macht sich bereit für dieses Elfmeter-Duell. Gehalten, ganz stark vom Torhüter. Den Schützen hat er gut ausgeguckt. Und Tor! Er behält die Nerven. Richtig souverän gemacht. Ganz sichere Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Ja, klasse! Er macht sich bereit, den Elfmeter auszuführen hier. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Ein schwacher Schuss und der Ball geht vorbei. Da ist er ein bisschen locker rangegangen. Auch beim Elfer musst du dich konzentrieren. Den Ball hält Handanovic ganz stark. Das ist der entscheidende Moment. Wenn er den versenkt, dann haben sie es. Der Ball geht daneben. Und das müssen sie jetzt ganz schnell abhaken. Das ist fast schon ein unmenschlicher Druck. Und mit diesem Fehlversuch sind sie raus. Das war's. Ja, vielleicht war der Druck vielleicht doch zu groß. Die Nerven machen nicht mit. Die Nerven machen nicht mit.